Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV bei einem weiteren Livestream of Consciousness Weiser mit Kaiser, unserer alldienstäglichen Sendung. Um 20 Uhr jetzt in der Winterzeit, damit ihr ein bisschen früher ins Bett kommt. Schön euch zu sehen. Und mal wieder, wir hatten ja eine kleine Pause hier, was so die Livestreams angeht. Das hatte alles seinen Grund, aber das muss uns nicht weiter kümmern. Mal sehen, ob es im nächsten Jahr wieder ein bisschen regelmäßiger wird. Auf jeden Fall freue ich mich immer, mit euch zu plaudern. Ihr wisst, diese Stunde hier dienstags, der Weiser mit Kaiser, Livestream of Consciousness, ist dem meandernden Philosophieren gewidmet. Ein bisschen klönen, ein bisschen schnacken, ein bisschen plaudern zusammen. Und wenn ich plaudern sage, dann meine ich mich und ihr hört zu. Aber keine Angst, ich missachte eure... Das ist etwas leise sehe ich. Ja, das ist jetzt natürlich ein performativer Widerspruch hier zu sagen. Double Bind hier. So, versuchen wir mal die Eingabe ein bisschen lauter zu machen. Ja, das geht doch, das geht doch. Kein Livestream ohne Tonprobleme oder zumindest ohne technische Probleme. Ich bin froh, dass ich es einigermaßen mit der Kamera hin, mit der guten Kamera, die gute Kamera aus der guten alten Zeit hinbekommen habe. Das Licht ist natürlich nicht so perfekt und es ist wahrscheinlich auch überhaupt nicht richtig fokussiert. Aber meine Kameramänner sind gerade nicht bei mir und können mir nicht helfen. Deswegen verzeiht mir. Es kommt ja ein bisschen mehr doch auf den Ton, aber vor allem auch auf den Inhalt an. Ja, also gut seht ihr aus. Wie macht ihr das bloß? Ich kriege immer schöne Kommentare von euch, sowohl in den Kommentaren als auch in den vielen, vielen Mails, die ihr mir schreibt, dieser Einstieg, diese Einleitung, diese Begrüßung. Also es geht ja gar nicht. Also du kannst uns ja gar nicht sehen und außerdem eine Stunde labern. Wer soll dem denn zuhören und du gehst überhaupt nicht auf den Chat ein. Und fass dich doch mal kurz und ihr wisst, es ist mehr ein Livestream, um einzuschlafen dabei. Ich versuche auch zu versprechen, nicht zu schreien diesmal, obwohl es Grund genug gäbe, wie immer. Aber ja, wir machen heute natürlich wieder volles Programm. Wir haben mindestens eine Stunde die besten Themen, die schönsten Fragen und auch die persönlichsten Geschichten, nämlich von mir meistens. Wir haben Buchvorstellungen. Heute ist es sehr unter dem Motto Buchvorstellung. Ist eigentlich zu viel gesagt, aber es ist eine kleine intellektuelle Biografie, die ich mit euch hier heute ausbreiten möchte. Und ja, ich lese eure Kommentare, ich lese den Chat, wenn ich am Schluss noch ein bisschen Zeit habe. Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für das letzte Jahr, natürlich für die, die jetzt schon lange dabei sind, für die ganzen Jahre Treue, die ihr hier beweist und für die großartige Unterstützung für den Kanal, für mein Team, für mich und dafür muss ich wirklich herzlich, herzlich danken. Ich habe es ja schon mal angedeutet, ohne Mitleid heischen zu wollen. Das nagt schon an mir, die ganze Situation, die Weltlage, aber natürlich auch das, was es mit mir persönlich macht, also was es mit meiner Persönlichkeit oder meinem Charakter zu tun hat. Das ist schon sehr, sehr spannend und das ist ein toller Weg. Also ich sage es jetzt mal positiv, es ist wirklich ein Abenteuer. Ich weiß nicht, ich fühle mich wie eine Mischung aus einer Romanfigur von Hermann Hesse und Arjuna aus der Bhagavad Gita, also irgendwie sowas. Es ist eine Heldenreise für alle von uns, würde ich sagen, ob wir den Ruf des Abenteuers annehmen oder nicht und wo wir da auch immer stehen, aber ich merke ganz stark in dieser Auseinandersetzung mit der Weltlage und mit meiner Macht und Ohnmacht, auf was es vielleicht wirklich ankommt. Und ja, das ist spannend. Also viele, viele persönliche Entwicklungen, die da vonstatten gehen und ja, geradezu eine Reifung. Gut, das kann man vielleicht nur von außen sagen, aber ich fühle es ein bisschen von innen. Ne, man kann es eigentlich nur von innen sagen, ich weiß es nicht, ich will es ja nicht von mir selber behaupten. Aber wir kommen gleich zu dem Thema. Also das, was für uns jetzt, glaube ich, gerade drin ist, ist die persönliche Reifung und das Lernen aus dieser Situation und zu lernen, wenn wir die Welt nicht verändern können, dann muss es darum gehen, dass die Welt uns verändert und zwar zum Besseren und dass wir dann aus dieser Situation heraus vielleicht die Dinge ein bisschen besser machen können in unseren Verhältnissen. Und damit habe ich ein großes Problem. Ihr wisst, ich bin von einer übergroßen Hybris gepackt und von dem Willen, die Welt zu verändern, schon, naja, das hat sehr viele tiefenpsychologische oder küchenpsychologische Gründe. Aber sich jetzt in so einer Situation gestellt zu sehen, wo es meines Erachtens noch mehr darauf ankommt als vorher schon, ist ja nicht so, dass es vorher keine Probleme gab. Und gleichzeitig die Illusion vielleicht zu haben, man könnte etwas tun, also es würde etwas bewirken, es würde etwas bringen. Diese Illusion habe ich manchmal noch oder hatte ich lange Zeit. Das führt einen eigentlich an so einen Abgrund, beziehungsweise man sieht halt immer in den Abgrund hinein und man ist so darauf fokussiert, auf etwas, was man erreichen will, mit diesem Abgrund, dass der Abgrund dann irgendwann aus einem selber hinaus schaut. Gut, das war auch vorher schon bei mir so. Aber was ich mit diesem Nietzsche-Zitat sagen will, ist man, ich spreche jetzt mal heute nur von mir, der Titel ist ja wieder weise gewählt, warum ich geimpft bin. Also ihr wisst, es geht nicht um mich. Ja, ich bin hier nur ein Diener im Weinberg des Herrn, sondern es geht, hoffe ich, kann es darum gehen, dass wir über das Teilen von solchen Geschichten und Gedanken gemeinsam etwas lernen können, was uns weiterbringt. Und ich nehme mich als Beispiel, weil ich mir manchmal der Nächste bin, eigentlich meistens wahrscheinlich, naja, weil ich mich kenne und weil, na, das ist zu viel gesagt. Aber gut, was ich sagen möchte, ist, diese Hybris, die mich eben, weiß ich nicht, seit meiner Pubertät begleitet, die Welt verändern zu wollen, bringt es mit sich, dass ich jetzt in einer Phase bin, zu denken, ich könnte es auch, und das ist eine sehr perfide Phase, weil sie einen in eine Illusion, glaube ich, bringt und an etwas festhalten lässt, was dann an einem selber festhält. Das ist wie ein Luchs, der sich so auf den Rücken krallt. Ich habe zu viel Assassin's Creed Odyssey gespielt und den kriegt man nicht mehr los. Und eigentlich will man gegen ihn kämpfen, aber er hat schon längst von einem Besitz ergriffen. Das ist wie dieses Corona-Thema, ist so mein Schatten, neben vielen anderen Schatten, die ich so habe, aber es hat von mir Besitz ergriffen. Und das macht nicht unbedingt glücklich, aber wer spricht von glücklich sein, überstehen ist alles. Und wer spricht von siegen, hat Rilke gesagt, überstehen ist alles. Also vielleicht geht es nicht um das Siegen, beziehungsweise auf den kurzfristigen Erfolg. Jetzt haben wir die Spaltung der Gesellschaft verhindert, wir haben die Impfpflicht verhindert, wir haben den nächst daraufziehenden Totalitarismus verhindert. Das wäre sehr schön, wenn wir das schaffen würden, aber wer will es denn sagen, wie groß die Kraft des Einzelnen ist in diesen Zeiten und in dieser Entwicklung. Und wenn etwas zum Besseren sich entwickelt, dann muss der Einzelne ja auch spüren, dass er darin einen Teil hat und das kann er, glaube ich, nur ganz, ganz stark in seinen eigenen vier Wänden, also in seinem eigenen Leben, dort, wo er es spüren kann, wo er das Feedback bekommt, wo er die Entwicklungen auch sieht. Also bei seiner Familie, bei seinen Freunden, im Geschäft, das, was ihr tun könnt. Und jetzt habe ich irgendwie die missliche Lage, dass mein Geschäft sozusagen dieses Spiel mit der Öffentlichkeit ist oder auch in die Öffentlichkeit mit einzugreifen. Und das macht es für mich so ein bisschen schwer, das abzuschätzen, aber ich glaube auch nicht viel schwerer als für andere. Aber warum erzähle ich das? Ich weiß nicht, ob ich diese Heldenreise weitergehen würde, wenn es nicht doch die große Unterstützung gäbe von euch. Und ja, in aller Form, also die Briefe, die ihr schreibt, die Päckchen, die ihr schickt, die Kommentare, die ihr schreibt. Und ich muss gestehen, vor allem natürlich auch die finanzielle Unterstützung, die mir und meinem Team einfach diese Sicherheit gibt. Zum einen, wir können es weitermachen mit einer, heute mal ausgenommen, sonst sehr, sehr hohen Qualität, was das Technische und hoffentlich auch alles andere angeht. Die Reisen, die Interviewpartner, die Spesen, ich muss das nicht alles nochmal aufzählen, aber ihr unterstützt das so selbstlos, weil diejenigen, die dann was schicken über PayPal oder Krypto oder Banküberweisungen, die verlangen ja nichts dafür, die schreiben hier Unterstützung, Spende, fertig, aus. Und diejenigen, die auf Patreon und auf Substack bei mir sozusagen die Kanalmitglieder sind oder Unterstützer sind, die kriegen auch ein bisschen was dafür, aber mein Verdacht ist, sie würden es vielleicht auch ohne machen, beziehungsweise es geht ihnen nicht so sehr um den materiellen Gegenwert. Also dafür nochmal herzlichen Dank. Sie kriegen auch was, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Meine Unterstützer bekommen, wenn sie ab einem bestimmten Level, nämlich Fürst, habe ich das mal in meiner Hybris genannt, in meiner adeligen Hybris, es gibt so verschiedene Level auf Patreon, da ist man Graf, Fürst, Herzog und so weiter, je nachdem, wie viel man so monatlich da einsetzt. Und ab einem bestimmten Level bekommt man mein neues Buch kostenlos zugeschickt, also für euch kostenlos als Unterstützer auf Patreon und auf Substack, also Links in der Beschreibung. Ich weise heute nochmal darauf hin, es sei mir erlaubt, am Ende des Jahres vielleicht nochmal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Der Kult erscheint bald, am 31. Januar 2022 im Rubicon Verlag. Ich bin super, super froh, happy. Mein nächstes Buch ist da. Es ist ein Sachbuch. Es geht um die Frage, warum machen so viele mit? Eine Frage, die wir heute auch ein bisschen, glaube ich, behandeln werden oder am Rande streifen werden. Und es geht um eigentlich die philosophische Seite dieser Zeit, dieser Krise. Keine Angst, es ist gar nicht so sehr auf Corona bezogen. Es kommen, glaube ich, keine Tabellen und Statistiken und Graphen oder sowas vor, sondern es geht allein um das Schwurbeln, natürlich über die Schwurbelität des Bösen, so heißt es im Untertitel. Das könnt ihr natürlich jetzt auch schon vorbestellen. Und das wäre jetzt wirklich auch mal eine Bitte von mir an euch. Alle, die es noch nicht haben oder die es schon bestellt haben, ja, egal. Vielleicht könnt ihr es auch verschenken. Jeder von euch hat ja vielleicht Freunde, die im nächsten Jahr zufällig Geburtstag haben, denen man dieses Buch schenken kann zum Beispiel. Also ihr könnt es vorbestellen. Das Tolle bei dem Vorbestellen ist, dass sich die Bestsellerliste, die Spiegel-Bestsellerliste ist ja dann die berühmte, danach richtet. Also die Bücher, die am meisten vorbestellt werden, wo so am meisten Hype schon vor dem Erstverkaufstag ist, die kommen auf die Bestsellerliste. Also es gibt Longseller, aber die kommen manchmal nie auf die Bestsellerliste und erreichen sozusagen nie die Aufmerksamkeitsschwelle des geneigten Publikums, dass wir ja doch in unserer Hybris immer noch zu erreichen gesucht sind, dort auf dieser Bestsellerliste zu stehen. Ich gebe es zu, es wäre mir eine innere Genugtuung und ein Kindheitstraum, ein Wunschtraum würde mir in Erfüllung gehen. Aber das sind Äußerlichkeiten. Das Geld ist es natürlich. Ist ja auch Äußerlichkeiten. Aber ich kann mir nicht ganz die Hoffnung verkneifen, dass bei der ganzen Spaltung der Gesellschaft und der Blindheit und eben auch dem Kultcharakter, den vieles, vieles angenommen hat, es gerade über den intellektuellen Diskurs und dann eben gerade über Bücher die Möglichkeit gibt, ein geneigtes, intellektuelles, wobei das sind ja die schlimmsten, Publikum zu erreichen, das dann doch irgendwie, ja, und wenn es sich aufregt, wenn es sich über den Titel aufregt, das wäre ja auch schon mal was, und das aus Frust kauft oder um es zu verbrennen, bloß nicht, wo man Bücher verbrennt und so weiter. Aber ja, es wäre cool, wenn wir bis zum Jahresende 10.000 oder so verkaufen, dann ist es, glaube ich, eine ganz gute Wahrscheinlichkeit. Und dazu bräuchten wir noch ein paar. Also, wartet nicht auf den 31. Januar, bestellt jetzt schon vor, Link ist in der Beschreibung. Natürlich, ihr könnt es in jedem Buchladen vorstellen und ich komme auch gleich zum Thema, keine Angst, aber heute, weil wir uns so lange nicht gesehen haben, möchte ich natürlich gerne mit euch ein bisschen, auch die Insider, die neuesten Sachen, denn das ist ja schon eben das, was mich jetzt sehr in den letzten Wochen und Monaten bewegt hat, wirklich ein Buch zu schreiben, aus der mangelnden Hoffnung heraus, etwas mit Büchern erreichen zu können. Also, ihr seht es vielleicht nicht, aber vor mir stehen eigentlich noch mehr Bücher als hinter mir, was jetzt auch keine Schwierigkeit ist, weil da hinten gar nicht so viele stehen. Aber ich bin ein Buchmensch, kann man so sagen, oder Büchermensch und habe immer an die Kraft des Buches und an den intellektuellen Diskurs geglaubt, wenn auch vielleicht nur als Feld, wo ich mich gerne beweisen möchte und wo ich mich eben sehe als derjenige, der dort auch eine Stimme im Diskurs sein kann, weil er nichts anderes kann, seien wir ehrlich. Aber diese Hoffnung ist ganz schön zerschmettert worden an den Klippen der letzten beiden Jahre und an, ja, ich muss sagen, an der Diskursverweigerung derer, die ich eigentlich zu denjenigen gezählt hätte, die trotz aller Meinungsverschiedenheiten doch dafür eigentlich stehen, weil sie durch die Schule gegangen sind, durch die ich auch gegangen bin, und das wird heute unser Thema sein, sagen wir mal, die intellektuelle Schulung zu sagen, ich mag nicht mit dem übereinstimmen, was du zu sagen hast, aber ich würde bis zum Tod gehen, zu verteidigen, dass du es sagen darfst. Ich sage allerdings nicht, bis zum Tod von wem. Ich glaube, so ging das Voltaire zugeschriebene Zitate richtig. Also ich würde nicht nur verteidigen, dass du es sagen darfst, sondern ich kämpfe auch gegen jegliche Zensur und Eindimensionalität und Einseitigkeit und Voreingenommenheit in den Medien, in meinem Bereich, in der Buchbranche und so weiter. Langes Thema haben wir schon oft besprochen. Und was ist mit den ganzen Büchermenschen? Egal, wie man zu den Dingen steht, man müsste dann doch sehen, dass hier nicht die Unvoreingenommenheit eingehalten wird, auf die wir doch alle so stolz sein sollten eigentlich in unserer offenen Gesellschaft. Ich verzeitele mich natürlich, aber das ist genau mit dem Meandern gemeint. Ich werde einen kurzen Blick auf den Chat hier werfen, ob alles, währenddessen könnt ihr das Buch vorbestellen, genau, Link ist in der Beschreibung, ob alles in Ordnung ist hier mit dem Ton, mit dem Bild, genau, Lesereise, genau, oder Karl Treiffel schreibt Vorlesungstour, ist geplant, und zwar dann eben doch erst ab dem 1. Februar. Es ist allerdings nicht sicher. Also ich würde es sehr gerne illegal machen, so Speakeasy-mäßig oder zumindest Prohibitionszeiten-mäßig. Mal gucken, was uns da alles an Möglichkeiten in die Wiege gelegt wird, in die Bahre wollte ich schon sagen. Aber ich weiß nicht, ob die Sterne gut stehen. Da muss ich dann doch nochmal meine Kartenlegerin befragen. Es ist auf jeden Fall geplant, denn ich würde euch natürlich sehr, sehr gerne sehen. Und ich würde mit euch gerne auch, gerade in Zeiten, wo es heißt, du kommst hier nicht rein und wir vereinsamen in unseren Einzimmer-Apartments, diese Treffen ermöglichen. Und sei es als Buch-Party und sei es, dass man wirklich einen schönen Abend einfach nur miteinander verbringt und jeder ist willkommen. Alle sind willkommen, wie immer noch mein Motto ist, aber darüber wird dann zu sprechen sein. Und dort bekommt ihr dann auch einen Stempel in euren Impfausweis, nämlich in euren intellektuellen Impfausweis, dass ihr immun seid gegen die Propaganda, indem ihr dieses Buch gekauft habt. Naja gut, vielleicht nicht ganz, aber Immun gegen Propaganda bringt mich darauf, auf meinem Sponsor des heutigen Abends, der heutigen Sendung zu danken, der Gunnar-Kaiser-Shop. Herzlichen Dank dafür, www.gunnar-kaiser.com. Da findet ihr natürlich das ganze Merchandising. Ich glaube, da oben steht noch irgendwo eine Tasse rum. Vielfältiges Merchandising, das natürlich auch uns hilft, unser Team unterstützt, unseren Kanal unterstützt und die Möglichkeit gibt, dann eben auch ein bisschen eine Flagge zu zeigen oder was immer ihr damit machen wollt. Also, gunnar-kaiser.com ist unser heutiger Sponsor. Worauf muss ich noch hinweisen? Außer zweiter und dritter Kanal auf YouTube gerne abonnieren. Rumble, Odyssey, Podcasts auf iTunes, Deezer, Soundtrott, Spotify und allen möglichen Google-Podcast-Plattformen. Also, könnt ihr natürlich auch alles immer nachhören. Kommen wir zum Thema oder kommen wir zum Thema Warum bin ich geimpft? Also, das wollte ich euch heute einmal sagen. Und wie gesagt, es geht weniger um mich, als dass ich glaube, dass in dieser Entscheidung, wenn es denn eine ist, sich zu impfen oder sich impfen zu lassen oder geimpft zu werden, doch auch etwas Exemplarisches liegen kann. Etwas, was von einem gewissen Wert für die gesellschaftliche Entwicklung sein kann. Als ich den Titel dann gepostet habe, habe ich natürlich, wie immer ich alles lese, was ihr in die Kommentare schreibt, auf Telegram, bitte gerne den Telegram-Kanal abonnieren. Und sonst wo überall gelesen, ja, also das ist ja Verrat, wenn ein Gunnar sich impfen lässt oder sich hat impfen lassen. Und dann hat jemand irgendwie die ganzen AfD-Leute aufgezeigt, die, weiß ich nicht, sich haben impfen lassen oder an Corona erkrankt sind oder so. Und das ist dann Verrat. Und jemand will das nicht zugeben, der eigentlich so ein Maßnahmenkritiker ist, dass er halt geimpft wird. Peter Hitchens zum Beispiel ist der Bruder von dem verstorbenen Christopher Hitchens, ist ein Beispiel dafür. Der war lange Zeit Maßnahmenkritiker. Ich habe ihn ein bisschen aus den Augen verloren und hat dann öffentlich gesagt, ich habe mich impfen lassen gegen Corona. Ich kann das verstehen, dass man diese Verratsrhetorik sozusagen anbringt, halte es aber nicht für klug, weil man sich dann genau wieder dieses Lagerdenkens schuldig macht beziehungsweise eben, man ist ja für eine freie Impfentscheidung eigentlich. Es würde höchstens, könnte man sagen, es zeugt, wenn du dich impfen lässt, vielleicht von einer gewissen Missinformation oder wovon auch immer. Das sind ja alles private Gründe, die man auch eben privat gerne früher gehalten hat. Denn heute ist das ja alles ein öffentliches Thema. Das ist übrigens auch, warum das so ist. Nämlich das hat einen guten Grund. Und das ist Thema auch meines Buches, der Kult, warum ist die Frage, bist du geimpft, bist du schon geimpft und so weiter, warum ist das eigentlich so eine, auf einmal so eine öffentliche Frage geworden von öffentlichem Interesse? Mag man ja jetzt erst mal sagen, ja ist ja klar, weil es wichtig ist zum, für das Ende der Maßnahmen und so weiter oder das Ende der Pandemie. Und Kimmich und diese ganzen Leute, die, deren persönliche Entscheidung auf einmal ans Tageslicht dann gezerrt wird. Gutes und öffentliche Personen, klar. Aber das hat mit der schönen neuen Moral zu tun, die wir brauchen, die Biomoral, die wir brauchen, um eben mit der Biotechnologie in ein neues Zeitalter der Biopolitik einzutreten. Oder sind wir schon eingetreten? Darum geht es in dem Buch. So, also ich meande heute hier hin und her. Ich weiß, ja, ich frage in dem Buch, ja, warum machen so viele mit? Warum kaufen so viele immer noch das Narrativ ab? Warum sind so viele darauf reingefallen? Aber eigentlich, die eigentliche Frage ist, warum sind so viele Mittäter geworden, ohne es zu wollen? Ich unterstelle den meisten Menschen nichts Böses und sie perpetuieren das Böse in der Welt und die schrecklichen Entwicklungen, Nebenwirkungen, also jetzt von Maßnahmen, die Kollateralschäden und auch die politische Entwicklung, die sehr, sehr bedenkliche Entwicklung. Sie perpetuieren das, indem sie das abnicken. Und das ist die Frage, warum sind die Menschen so? Warum machen so viele mit? Aber heute und auch schon vor ein paar Tagen, frage ich, warum machen einige nicht mit? Warum bin ich zum Beispiel immun dagegen? Also, soweit man das sagen kann. Ich fühle mich gegen diese Propaganda immun. Das zeigte mir meine Reaktion auf die Schweinegrippe und auf die Vogelgrippe, wo ich am Anfang an schon gesagt habe, also ohne groß informiert zu sein. Ich bin ja kein Experte, wie ihr wisst, in diesen Dingen, in vielen anderen Dingen auch nicht. Aber ich habe denen das nicht abgekauft. Und Ruhe bewahren, keine Angst mache, unterstützen, nicht hysterisch werden, abwarten, Tee trinken und so weiter. Warum sind einige Hysteriker? Aber vor allem, warum bin ich kein Hysteriker? Man mag mir das in anderen Dingen vorwerfen. Ich bin Technokratiehysteriker oder was weiß ich. Aber in diesen Dingen nicht. Also, ich erkenne, ob die Politik hier ein Spiel spielt. Das Spiel der Masken, wie Friedhoff schon sagen würde. Ich erkenne das. Und natürlich nicht nur ich. Viele von euch, ihr alle, sagen wir mal, erkennen das und haben das relativ früh erkannt. Und es sind Muster. Und die gleichen Muster gibt es mit anderen Themen. Jetzt haben wir eben nicht mehr den militärisch-industriellen Komplex, sondern den pharmazeutisch-medialen politischen Komplex und so weiter. Aber es sind die gleichen Strukturen mit anderen Vorzeichen. Es gibt eine Art Medical Martial Law, könnte man sagen, unter dem hier operiert wird. Aber warum, nochmal, bin ich immun? Warum seid ihr immun? Warum seid ihr offensichtlich geimpft? Ihr seid offensichtlich mit irgendeinem Impfstoff versehen worden in der Vergangenheit. Denn ich glaube erst mal nicht als Arbeitshypothese, dass wir alle so geboren sind. Dass wir einfach vom Schöpfer mit diesem Löffel an Weisheit mehr ausgestattet worden sind, dass wir das sofort erkennen. Im Gegenteil, wir erkennen ja vieles andere nicht. Ich zum Beispiel falle auf ziemlich viel Werbung herein. Was heißt herein? Ich kaufe mir halt gerne Dinge. Jetzt wisst ihr auch, wo die Unterstützung hingeht. Nein, ihr wisst doch noch nicht wohin. Also ich bin nicht immun gegen Propaganda in der Form. Aber warum falle ich da nicht drauf rein? Warum fallt ihr darauf nicht rein? Mit welchem Stoff seid ihr geimpft? Denn ja, ein Virus geht um in der Welt. Es ist das Virus der Angst. Es ist das Virus des Gehorsams. Es ist das Virus, das verbreitet wird von Kopf zu Kopf. Die Viralität, dieses Bösen, das es dann schafft, über Umwege, ohne dass ihre Wirte das eigentlich weder wollen noch merken, durch Propaganda, durch falsche Versprechen, durch Konformismus, durch das Zugehörigkeitsgefühl, das angesprochen wird, durch die moralischen, die moralische Höherwertigkeitsgefühle, die dadurch erzeugt werden können und auch durch klare Nötigungen bis hin eben zum Gesetz. Aber von dieser Nötigungsseite möchte ich mal absehen, denn diejenigen, die sich noch nötigen lassen, Gott sei ihrer Seele gnädig, sind ja offensichtlich die, die widerständig sind und die aus irgendeinem Grund sich nicht haben einreden lassen, dass ihre Freiheitsbegriffe reiner Egoismus sind und dass ihre Solidarität eben da aufhören muss, wo der Staat es sagt, sondern dass eine weitergefasste Solidarität auf viele weitere Bereiche, Dimensionen, Gruppen und auch Zeiten sogar bezogen ist. Ja, also erstaunlich ist doch, nicht alle werden von diesem Virus der Angst angesteckt, nicht alle machen mit. Matthias Desme, der belgische Forscher, fragt das ja auch in seinen tollen Interviews, warum kaufen einige, so viele das Narrativ noch ab, aber ich frage heute, warum gibt es einige, die es nie getan hat. Was unterscheidet sie davon? Und das zu lernen, könnte uns vielleicht einen Eindruck verschaffen davon, was wir befördern müssen. Wir waren ja vielleicht, hatten die Illusion, wir wären doch einigermaßen immun gegen die Übernahme faschistischer Rhetorik, wieder unter dem Mantel jetzt von Gesundheitsbegriffen oder unter welchem Mantel auch immer früher unter der Sicherheit, der Kriminalität, gegen Kriminalität, gegen Terrorismus und jetzt eben gegen das Virus. Und ich kann jetzt erstmal nur von mir sprechen, aber ich bin durch eine Schule gegangen, durch eine intellektuelle Schule oder ich habe sie mir selber irgendwie angeeignet in dieser Dialektik eigentlich. Es hat mich interessiert und man hat es mir gegeben und ich habe es mir genommen und da gab es doch einige, die ich euch heute ganz kurz vorstellen will. So, jetzt 32 Minuten und die Einleitung ist vorbei. Also ganz kurz. Ja, natürlich sind hier auch Bücher wie Edward Bernays Propaganda oder Gustave Le Bon, Psychologie der Massen. Klar, aber das meine ich nicht, sondern was habe ich mit 16, 17, 18 gelesen, offensichtlich, oder gelesen habe ich jetzt offensichtlich, aber gelesen, dass mich offensichtlich zu dem gemacht hat, der jetzt sagen kann, Nein, ich möchte nicht diesen Konformismus mitmachen. Ich gehe gerne in ein Fußballstadion, wenn ich dann wieder dürfte und gehe da auch in der Masse auf. Trotzdem habe ich meinen Elias Canetti gelesen und eben, ja, Wilhelm Reich und Gustave Le Bon. Aber wenn es eben von einer so starken, blitzkrieghaften Propaganda eben doch bewerkstelligt wird, mit einer solchen Einhelligkeit und auch Plumpheit, dann möchte ich dann doch gerne auch den Non-Konformisten heraushängen lassen. Jetzt darf ich mal. Ja, ich halte es nicht für einen Zweck an sich, dass man Non-Konformist ist. Konformität ist auch Teil unserer sozialen Seite und ich bin in sehr vielen Dingen konform und es gibt noch viele krasse Leute, die noch viel, viel, natürlich wisst ihr selber, die viel, viel unkonformer sind und so weiter. Aber es geht nicht darum, auf Teufelkommhaus unkonform zu sein, non-konform zu sein, sondern genau abzuzirkeln, wann es eben an der Tagesordnung ist, wann es auch wichtig ist, wann es eben doch eine Pflicht ist. Und dann kommen wir zu der ersten Schrift. Wo habe ich sie? Ja, eigentlich wollte ich Max Stirner vorziehen. Aber jetzt, wo ich gerade Pflicht sage, von der Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Henry David Show, das habe ich gelesen mit, ich glaube, 17. Und das ist auch sogar noch die Ausgabe, steht sogar noch hier mein Name von damals drin. Und es sind diese, als ich mit 17 angefangen habe, Bücher zu bearbeiten, ja noch so teilweise die Notizen am Rand kann man hier noch lesen. Das finde ich immer schon super spannend. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn ihr alte Bücher aus eurer intellektuellen Biografie wieder in die Hände bekommt und ihr sagt, wow, ja, so habe ich damals gedacht. Das ist immer toll. Also schreibt an Ränder. Ich bin dafür, Bücher wirklich zu bearbeiten, zu beackern, dass man wirklich merkt, hier hat ein Geist drin gehaust, einmal der des Autors und einmal der, zumindest eines Lesers. Es gibt eine neue Übersetzung übrigens von Christina Schieferdecker, die über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat jetzt hier übersetzt hat, Henry David Thoreau. Und ja, was kann ich sagen, was, ich meine, ihr wisst es selber, was er für ein Mensch war, Walden geschrieben, einer der großen Einzelgänger. Und überhaupt waren es die großen Einzelgänger, gerade der Philosophie und Literaturgeschichte, von Diogenes über Max Stirner und Nietzsche bis zu Henry David Thoreau und dann Hermann Hesse und Rilke, die in mir genau, glaube ich, diesen Impfstoff irgendwie ausgelöst haben, zu sagen, okay, Einzelgänger sein ist etwas Adliges und es ist nichts Schlimmes, auch wenn es doch sehr viel, teilweise Qualen auch mit sich bringt, aber man hat auch eigentlich keine Wahl, seien wir ehrlich, habt ihr eine Wahl, euch gegen das zu stellen oder könnt ihr die blaue Pille wieder nehmen, so wie Cypher und sagen, ja, Ignorance is bliss, Hauptsache, ich schmecke dieses Steak, von dem ich nicht, von dem ich weiß, dass es nicht real ist, könnt ihr das, habt ihr diese Entscheidungsmöglichkeit? Und ich glaube nicht und vielleicht, weil wir einfach schon geimpft sind mit diesen Schriften, also über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat, große Empfehlung und es ist natürlich für mich der Punkt gewesen, ach, es gibt nicht nur ein Recht, was ja schon unerhört genug ist, sondern es gibt sogar eine Pflicht, eine ethische Pflicht, bei Zeiten gegen den Staat, dem Staat gegenüber, ungehorsam zu sein. Ihr wisst, der große Inspirator Inspirator von dann Martin Luther King, Mahatma Gandhi und so weiter, die eben die Theorie des zivilen Ungehorsams auch in die Welt umgesetzt haben. Der einzige und sein Eigentum, es gibt im Karl-Alber-Verlag eine wunderbar kommentierte Studienausgabe, aber es gibt es auch bei Reklam, hier ist es ja schon ein sehr altes Buch von Max Stirner, da kann ich euch nur empfehlen, alle Links zu den Büchern, also die kommentierte Leseliste sozusagen hier, sind in der Videobeschreibung, in dem zweiten Link, glaube ich, der geht auf Substack und da könnt ihr das alles direkt anklicken und falls ihr euch ein Buch davon kaufen möchtet. Also Max Stirner, ja, ihr wisst, ich habe meine Sache auf nichts gestellt, ja, das war sein Motto, auf nichts, denn auf mich und das klingt vielleicht unerhört in den Ohren einiger, die sagen, ja Mensch, ist das nicht egoistisch, aber ja, das ist egoistisch, denn was soll nicht alles meine Sache sein? Immer von anderen Leuten, das soll meine Sache sein, die gute Sache, dann die Sache Gottes, soll meine Sache sein, die Sache der Menschheit, der Wahrheit, der Freiheit, der Humanität, der Gerechtigkeit, das soll alles meine Sache sein, heute muss man ergänzen, der Gesundheit, der Sicherheit, ferner die Sache meines Volkes, meines Fürsten, meines Vaterlandes, gar die Sache des Geistes und tausend andere Sachen, das soll alles meine Sache sein, nur meine Sache soll niemals meine Sache sein. Ja, da sagt die Masse pfui über den Egoisten, der nur an sich denkt und dagegen hat Max Stirner aufbegehrt. Ja, tausende der Kultur haben euch verdunkelt, was ihr seid, haben euch Glauben gemacht, ihr seid keine Egoisten, sondern zu Idealisten, guten Menschen, berufen. Schüttelt das ab, sucht nicht die Freiheit, die euch gerade um euch selbst bringt, in der Selbstverleugnung, sondern suchet euch selbst. Werdet Egoisten, werdet jeder von euch ein allmächtiges Ich. In dieser doch auch machtvollen Sprache und machtvollen Rhetorik schreibt Max Stirner, der nicht nur eigentlich ein Vorläufer von Nietzsche ist, der ein eigener Nietzsche für sich ist. Nein, er ist ein Max Stirner, er ist ein Max Stirner und jeder von, jeder ist sein eigener Herr. Sozusagen, diese Entdeckung des Egoismus als Abwehrrecht gegen die Anforderungen einer Gesellschaft, anderer Menschen, die dich vereinnahmen wollen. Diese Vereinnahmungsversuche unter der Rechtfertigung oder unter dem Motto, du musst es für andere tun, du musst dich opfern, du musst es für die Gesundheit tun, du musst deine Sache zurückstellen, deine Freiheit ist nur Egoismus und so weiter. Und dagegen aufzubegehen und zu sagen, nein, zum Teufel damit, dann bin ich Egoist. Und wir werden gleich noch, glaube ich, zum Schluss, wo habe ich ihn liegen, zu Nathaniel Brandon und ein Rant kommen, die auch eine starke Impfung in meiner intellektuellen Biografie waren, ein bisschen später, die, ich gebe es ja zu, ich habe immer ein Problem damit, ah, wenn ich mich jetzt zum Beispiel zurückziehe, wenn ich mich jetzt ein bisschen ausruhe, wenn ich jetzt ein bisschen weniger mache, ist es dann egoistisch? Im Moment ist egoistisch denn was Schlimmes? Egoistisch heißt ja nicht rücksichtslos oder sagen wir gemein oder unmoralisch, aber das ist uns natürlich in unserer Kultur so eingeimpft worden, wer an sich denkt, der denkt halt nur an sich und er ist gleichzeitig auch gemein und befördert eben nicht die Sache des Allgemeinwohls und ja, dass das natürlich immer missbraucht wird, dieses Allgemeinwohl, das, ja, vom Kollektivisten aller Zeiten, das wissen wir. Fort denn mit jeder Sache, die nicht ganz und gar meine Sache ist. Ihr meint, meine Sache müsste wenigstens die gute Sache sein. Was gut, was böse. Ich bin ja selber meine Sache und ich bin weder gut noch böse. Beides hat für mich keinen Sinn. Gott und die Menschheit haben ihre Sache auf nichts gestellt, sagt Sterner, auf nichts als auf sich. Stelle ich denn meine Sache gleichfalls auf mich, der ich so gut wie Gott, das nichts von allem anderen, der ich mein alles, der ich der Einzige bin. Also, wenn Gott das kann, dann kann ich das auch, meine Sache, auf mich stellen. Ja, und Sterner beschreibt ja unsere Zeit, wenn er sagt, wer die Gewalt hat, der hat Recht. Habt ihr jene nicht, so habt ihr auch dieses nicht. Also, habt ihr keine Gewalt, dann habt ihr kein Recht. Ist diese Weisheit so schwer zu erlangen? Seht doch die Gewaltigen und ihr Tun an. Ja, das ist der Realist. Max, Sterner. Und ich habe Nietzsche schon genannt, natürlich Nietzsche, als der große Einzelgänger auch der Philosophie und auch als der Ungehorsame und der Götzenbild Zerschmetterer. Nur ein Zitat von Nietzsche, weil über Nietzsche kann man natürlich ja ganze Compendien hier abhalten. Aus dem Antichrist ist das, der Ungehorsam gegen Gott, das heißt gegen den Priester, gegen das Gesetz, bekommt nun den Namen Sünde. Also, es wird so genannt, du bist mir gegenüber, also dem Priester Ungehorsam, das heißt Sünde, du sündigst. Die Mittel, sich wieder mit Gott zu versöhnen, sind, wie billig, Mittel, mit denen die Unterwerfung unter den Priester nur noch gründlicher gewährleistet ist. Hört, hört. Wenn du dich nicht dem Priester unterwerfst, sag dir, du sündigst, du bist unmoralisch, du bist unsolidarisch. Und wenn du dich wieder mit Gott versöhnst, versöhn dich wieder mit Gott, sei wieder solidarisch, das sind eben die Mittel, mit denen die Unterwerfung unter den Priester nur noch gründlicher gewährleistet ist. Der Priester allein erlöst, psychologisch nachgerechnet, werden in jeder priesterlich organisierten Gesellschaft die Sünden unentbehrlich. Ja, und auch wir sind eine priesterlich organisierte Gesellschaft. Man kann es nur noch mal sagen, es ist ein Kult. Und dort sind eben die Sünden unentbehrlich. Die Sünden, das Mittel, die anderen zur Unterwerfung zu bringen. Sie sind die eigentlichen Handhaben der Macht. Der Priester lebt von den Sünden. Er hat nötig, dass gesündigt wird. Hier Sünde immer in Anführungsstrichen. Er hat nötig, das gesündigt wird. Er will, dass das immer weitergeht und dass er immer wieder Sünde, Sünde, Sünde rufen kann. Er hat Jehova gesagt. Er hat sich nicht impfen lassen. Oberster Satz, Gott vergibt dem, der Buße tut. Auf Deutsch, der sich dem Priester unterwirft. Denen wird vergeben, die sich jetzt noch impfen lassen und die jetzt doch noch alles abnicken, die jetzt vielleicht doch noch die blaue Pille schlucken. Denen wird vergeben, die sich dem Priester unterwerfen. Also, Nietzsche. Was soll man sagen? Ganz groß in meiner intellektuellen Biografie natürlich Erich Fromm. In der, die Schrift, die am meisten bei mir eingeschlagen hat, war natürlich Haben oder Sein. Daraus möchte ich heute gar nicht zitieren, sondern eigentlich aus drei kleinen Schriften über den Ungehorsam. Das ist das eine Aufsatz hier in diesem Band, über den Ungehorsam. Die Furcht vor der Freiheit, diese Band, und Psychoanalyse und Ethik. Und das habe ich gelesen mit Haben oder Sein und Kunst des Liebens, als ich so 17, 17, 18 war. Und und ich gucke natürlich immer wieder rein und denke so, wow, krass, also Erich Fromm hatte uns einiges zu sagen. Ich lese euch ein bisschen was vor aus der Schrift und der Ungehorsam als ein psychologisches und ethisches Problem. Es geht eben darum, dass man nicht sagen kann, dass der Ungehorsam eine Tugend an sich ist. Immer ungehorsam zu sein, das ist genauso wenig eine Tugend, wie immer gehorsam zu sein. Aber wie finden wir raus aus diesem Dilemma, wenn wir mit Gehorsam und Ungehorsam einfach nur Verhaltensweisen beschreiben, dann können wir es nicht so gut verwenden, dafür zu sagen, wo bist du nicht mehr autonom? Wo erfüllst du vielleicht sogar nicht deine Pflicht als Menschenwesen, mündig zu sein? Und das können wir natürlich auf der einen Seite sagen, indem wir ungehorsam sind. Offensichtlich sind wir da autonom, aber auch nicht die ganze Zeit autonom. nicht per se autonom, nicht jeder, der ungehorsam ist, ist autonom an sich. Das ist eine dialektische Beziehung, schreibt Erich Fromm und er führt dabei das schöne Beispiel von Antigone ein. Von Sophocles, die Antigone, die ja gegen zwei Arten von Gesetzen verstoß, also gegen mindestens eine Art von Gesetz verstoßen muss, nämlich gegen das positive Gesetz des Herrschers, das sie als ungerecht bewertet, oder in dieser Dichotomie, in diesem Dilemma, gegen das ewige Gesetz der Götter, also ihren Bruder zu begraben oder eben Krayon zu gehorchen. Und deswegen ist es eine dialektische Beziehung, denn wenn sie den positiven Gesetzen gehorsam ist, ist sie ungehorsam den ewigen Gesetzen, den göttlichen Gesetzen, wenn sie und andersrum, um das abzukürzen, wenn sie letzteren gehorchte, muss sie den ersteren den Gehorsam verweigern, das ist eine dialektische Beziehung, alle Märtyrer der Religionen, der Freiheit und der Wissenschaft, wird hört, mussten denen den Gehorsam verweigern, die sie mundtot zu machen suchten, um ihrem eigenen Gewissen den Gesetzen der Menschlichkeit und Vernunft folgen zu können. Ja, wer wird heute mundtot gemacht und wer verweigert sich dann eben diesen Akteuren des mundtot machens. Wenn ein Mensch nur gehorchen und nicht auch den Gehorsam verweigern kann, ist er ein Sklave. Wenn er nur ungehorsam sein und nicht auch gehorchen kann, ist er ein Rebell und kein Revolutionär. Er handelt dann aus Zorn, aus Enttäuschung und aus Ressentiment und nicht aus Überzeugung oder Prinzip. Und das ist eben nicht das Ideal. Jeder Gehorsam gegenüber einer Person, einer Institution oder Macht ist Unterwerfung. Und das nennt Fromm den Heteronomen, also den fremdbestimmten Gehorsam. Er impliziert, dass ich auf meine Autonomie verzichte und einen fremden Willen oder eine fremde Entscheidung anstelle, meine eigenen akzeptiere. Aber es gibt auch noch so etwas wie einen autonomen Gehorsam. Das ist kein Akt der Unterwerfung, sondern ein Akt der Bejahung. Denn ich bejahle das Gesetz, das meine eigene Vernunft mir gibt, meine eigene Überzeugung. Und da unterscheidet Fromm dann auch noch zwischen dem autoritären Gewissen, dass die internalisierte Stimme eine Autorität ist, die wir zufrieden stellen und keineswegs verärgern möchten. Wir wollen schön konform sein und machen das deswegen, weil die Gesellschaft, die Politik das über ich so will. Und davon unterscheidet sich nach Fromm das humanistische Gewissen, die in jedem Menschen gegenwärtige Stimme die von äußeren Sanktionen oder Belohnungen unabhängig ist. Von äußeren Sanktionen oder Belohnungen unabhängig sein. Und das könnt nur ihr entscheiden, wann ihr das seid, wann ihr das wollt, wann ihr das könnt. Aber das ist das humanistische Gewissen. Superspannend, auch Link ist in der Videobeschreibung. Ich weiß gar nicht, ob ich zu Fromm jetzt noch so viel mehr sagen will, weil wir auch die Zeit jetzt schon fast überschritten haben, aber was Erich Fromm schreibt, zum Beispiel über die Menschen, die dieses autoritäre Gewissen und den heteronomen Gehorsam an den Tag legen, ist geradezu erschreckend aktuell, wenn er sie beschreibt als Menschen, die wie Automaten handeln. Die wie Automaten handeln und fühlen. Sie erleben nie etwas, das wirklich ihre eigene Erfahrung ist. Auch sich selbst erleben sie nur als die Person, die sie nach Meinung anderer sein sollten. Diese Menschen leiden an fehlender Spontaneität und Individualität, was beides unheilbar scheint. Sie haben keine Spontaneität mehr. Die meisten werden dank der kulturellen Verhältnisse, die den Defekt verdecken, vor dem Ausbruch einer Neurose bewahrt. Also das Ganze immer zu unterdrücken, seine eigene Spontaneität und Lebendigkeit würde eigentlich zu einer Neurose führen. Aber da sein Kult wird es nicht aufgedeckt. Da kann man mit dieser Neurose prima ein normales Leben führen. Und die Lösung daraus ist super spannend, wie ich finde. Es geht darum, wirklich spontan zu sein, Spontaneität einzuüben. Das ist hier beschreibt er, das in die Furcht vor der Freiheit. Also ich habe jetzt gerade zitiert aus Psychoanalyse und Ethik. Jetzt hier die Furcht vor der Freiheit. Was ist die Lösung für das Problem? Denn es ist auch ein Problem der Freiheit. Freiheit als absolut begriffen macht einsam. Die ganze Zeit non-konformistisch zu sein, sich gegen alles und jeden zu wehren und überhaupt nicht zusammenarbeiten zu können, das macht einsam, das macht alleine. Und die Bejahung des Anderen ist auch eine Form der Unterwerfung oder der Demut. Und wenn wir so freiheitssüchtig wären, dass wir das nicht könnten, dann wären wir einfach einsam, wir wären keine richtigen Menschen. Aber was ist die Lösung dafür für dieses Dilemma? Es ist eben diese Spontanität. Spontanes Tätigsein ist der einzige Weg, auf dem man die Angst vor dem Alleinsein überwinden kann, ohne die Integrität seines Selbst zu opfern. Denn in der spontanen Verwirklichung des Selbst vereinigt sich der Mensch aufs Neue mit der Welt, mit dem Menschen, mit der Natur und sich selbst. Nur jene Eigenschaften, die aus unserem spontanen Tätigsein resultieren, verleihen unserem Selbst Kraft und bilden daher die Grundlage seiner Integrität. Es gibt nichts, dessen wir uns mehr schämen, als nicht wir selbst zu sein. Und es gibt nichts, was uns stolzer und glücklicher macht, als das zu denken, zu fühlen und zu sagen, was wirklich unser Eigentum ist. Also hier einen schönen Bezug wieder auf Max Stirner. Fromm und Stirner könnten sich nicht in vielem einig, aber hier dieser Bezug auf das Eigene und das Eigentum. Und das genau, diese spontane Tätigkeit, Tätigsein, muss als Prozess begriffen werden. Es ist das Tätigsein selber, Fromm sagt, Liebe und Arbeit, als spontanes Tätigsein begriffen. Es kommt auf den Prozess an und nicht auf das Resultat. In unserer Kultur ist das Gewicht genau umgekehrt verteilt. Wir produzieren nicht, um konkrete Brotdürfnisse zu befriedigen, sondern um zu dem abstrakten Zweck unsere Ware zu verkaufen. Also wir sind immer auf ein dahinter liegendes Resultat ausgerichtet sein. Und das ist, glaube ich, auch die Lösung für uns, wo wir den Impfstoff sozusagen noch erhöhen können, den Impfstoff fromm. Es geht um den Prozess des spontanen Tätigseins in Liebe und in Arbeit. Wenn der Mensch durch spontanes Tätigsein sein selbst verwirklicht und auf diese Weise zur Welt in Beziehung tritt, hört er auf, ein isoliertes Atom zu sein. Er und die Welt werden Teil eines strukturierten Ganzen. Er hat seinen ihm zukommenden Platz in der Welt, womit auch seine Zweifel an sich selbst und am Sinn seines Lebens verschwinden. Erich Fromm, die Furcht vor der Freiheit, unglaublich starke Texte, man muss es lesen und am besten so früh wie möglich. Falls ihr noch jung seid, noch jünger als ich, dann tut es euch an, bitte, bitte unbedingt und setzt euch kritisch damit auseinander, wie mit allen Texten, die ich hier empfehle. Arno Grun, wieder den Gehorsam, habe ich viel, viel später gelesen, eigentlich erst vor ein paar Jahren und seine Schriften, die eigentlich auch wieder sehr, sehr aktuell sind. Da auch große Empfehlung von mir. Was können wir noch erwähnen? Natürlich Hermann Hesse, ich muss es einfach nochmal sagen, weil sehr viel jetzt auch in den Texten darauf ja schon aufgebaut hat und hingewiesen hat, auf den Ruf der Natur Nature is calling, dass du dein eigenes selbst verwirklichen sollst und das der einzige Zweck ist, dem du zu gehorchen hast. Und wenn das in diesem spontanen Tätigsein geschehen kann, dann ist das schon sehr viel. Und dann geht es eben darum, sich selber zu entfalten, die Erfüllung des eigenen Selbst, als den der möglichst vollkommenen Darstellung des eigenen Wesens. sei du selbst ist das ideale Gesetz, zumindest für den jungen Menschen, schreibt Hermann Hesse, es gibt keinen anderen Weg zur Wahrheit und zur Entwicklung. Natürlich aus der großartigen Schrift Eigensinn macht Spaß, gibt es ja auch als kleine Lesung hier auf meinem Kanal, Alle Dinge, die man gegen sein Gefühl und gegen sein inneres Wissen tut, anderen zuliebe, sind nicht gut und müssen früher oder später teuer bezahlt werden. Darum geht es auf sich selbst hören, seinem eigenen inneren Gefühl nahe zu sein und sein inneres Wissen auch wieder zu spüren und zu merken, was will ich denn wirklich? Was wird mir da draußen erzählt? Okay, da kriege ich ganz schön viel mit, aber was will ich? und dann selber zu entscheiden. Du bist du und du bist nicht einer dieser Dutzend Menschen. Wenn sie dazu geboren sind, schreibt Hermann Hesse, ein eigenes und kein Dutzend Leben zu führen, so werden sie den Weg zur eigenen Persönlichkeit und zum eigenen Leben auch finden, obwohl es ein schwerer Weg ist. Ja, und natürlich es ist ein schwerer Weg, es ist eine Bürde, es ist eine Aufgabe und dann lest die Romane von Hermann Hesse, ich habe jetzt nochmal dem Jan gelesen, der unglaublich aktuell ist. Ich muss gestehen, dass ich ihn mit 18, ich bin zu Geburtstag geschenkt bekommen, an meinem 18. Geburtstag, weiß ich noch, vielen Dank, nochmal nachträglich, nicht ganz verstanden habe und dann nochmal vor ein paar Jahren gelesen habe, dann schon ein bisschen mehr und jetzt noch ein bisschen mehr und natürlich auch unter einem anderen Licht, unter dem Licht eben dieser Entwicklung und da sind Geschichten drin, gerade die Geschichte am Anfang mit Krömer, die doch ganz viele Parallelen zu unserer heutigen Lage beinhalten und auch die Massenhysterie am Beginn des Ersten Weltkriegs, die in dem Jahr beschrieben wird, einfach toller bis eben hin zu, aber ich will nicht zu viel verraten, weil einiges wird auch zitiert dann am Schluss dieses Buches, habe ich schon erwähnt, der Kult von Bonner Kaiser erscheint am 31. Januar 2022 im Rubicon Verlag, natürlich auch als E-Book und auch als Hörbuch und wenn wir Glück haben, darf ich auch ein ganz kleines Stück von dem Hörbuch einlesen, da sind wir gerade nur in Verhandlungen mit dem Audio Verlag, genau, also Hermann Hesse natürlich muss genannt werden und der letzte im Bunde Nathaniel Brandon, den ich dann doch viel später gelesen habe, aber der mich zusammen mit Ayn Rand, ich gestehe es, auch noch mal bestärkt hat darin, es geht darum, dein Selbstwertgefühl auch zu finden beziehungsweise zu haben und dazu zu stehen, zu dir selbst zu stehen und dass das nichts Schlimmes ist, du musst dich nicht aufopfern, nicht für deine Familie, auch nicht und nicht für deine Freunde, auch nicht, nicht für deine Nation und so weiter, und das ist etwas, was ich meines Erachtens immer recht früh eigentlich verstanden habe, es geht nicht ums Aufopfern und es geht aber auf der anderen Seite auch nicht ums egoistische oder vulgär egoistische Gemeinsein und sich selbst der Nächste sein und mit niemandem etwas zu teilen und nie an andere zu denken, sondern es geht darum, das aus seinen eigenen freien Stücken zu machen und das geht nur, wenn man ein Selbstwertgefühl hat und dieses auch ausleben kann. Es gibt überwältigende Beweise dafür, schreibt Nathaniel Brandon, also die Schrift heißt, die sechs Säulen des Selbstwertgefühls sei euch allen wärmstens ans Herz gelegt, das wirklich zu studieren, das durchzuarbeiten, mir hat es unglaublich viel gebracht. Es gibt überwältigende Beweise dafür, dass je höher das Selbstwertgefühl ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man andere mit Respekt, Freundlichkeit und Großzügigkeit behandelt. Je höher unser Selbstwertgefühl ist, desto stärker ist unser Drang, uns auszudrücken. Je niedriger unser Selbstbewusstsein ist, desto mehr fühlen wir den Drang, uns beweisen zu müssen. Das steckt darin, wenn du ein hohes Selbstwertgefühl hast, dann kannst du andere mit Respekt behandeln und dann kannst du sie mit Freundlichkeit und Großzügigkeit behandeln, weil du nicht abhängig bist, weil du gelernt hast, zu dir selbst zu stehen und das muss immer wieder geübt werden. Du tust die Dinge nicht aus einer Opferrolle hinaus. Niemand muss Opfer sein. Man kann sich das eingestehen aus diesem Selbstwertgefühl heraus und dann kommst du zu einem Ausdruck deines eigenen Wesens, deines eigenen Selbst, um das es eben ja geht, wie Hermann Hesse schreibt. Die Natur versucht alles Mögliche, um weiterzukommen und um sich zu entwickeln und wirft Entwürfe heraus und einer dieser Entwürfe bist du und so wie dich die Natur herausgeworfen hat, so bist du jetzt und das ist dein Wesen und das musst du ausprobieren und indem du darauf hörst, hörst du darauf, was die Natur will, was dein Wesen will und bist im Einklang oder doch in Konsonanz mit diesem Hören und dann ist es unterschiedlich zu dem, was andere machen. Ja, gut so, gut so, nicht nur was soll, sondern richtig so, natürlich, wie schlimm wäre es, wenn alle das Gleiche machen? Uns ist das ja immer klar, wir wollen eine bunte Gesellschaft und alles divers und so weiter und Individualismus, aber jetzt, wo es heißt, alle an einem Strang ziehen, dann sind natürlich diejenigen Wehrkraftsersetzer und Volksschädlinge, die eben auf sich selber hören und nein, es ist gut so, dich selber auszudrücken und wir haben die verschiedensten Weisen, uns selber auszudrücken und ja, gelobt sei jeder, der dazu steht. Eigentlich wollte ich euch heute noch eine Mail vorlesen von einem Mönch, der mir geschrieben hat, aber ich glaube, ich mache es doch lieber letztes Mal, weil ich habe jetzt schon so viel gelabert hier, ich mache es nächstes Mal, im nächsten Jahr, denke ich, werden wir uns noch mal treffen, hoffentlich hier auf Weiser mit Kaiser und das, was er geschrieben hat, war wirklich genau dieser Zwiespalt, Gehorsam und auch das Gelübde, die Ordensregel erfüllen und sich selber auch nicht hochzustellen, wer bin ich, über alles zu entscheiden, aber jetzt auch hier eine Gewissensentscheidung treffen zu müssen, Eigensinn an den Tag legen zu müssen. Machen wir das nächstes Mal. Nathaniel Brandon, ein Rant dann natürlich auch und all diejenigen, die ich jetzt hier genannt habe und auch einige, die ich nicht genannt habe, die seien euch, wir haben es empfohlen, sie sind zumindest und jetzt komme ich eigentlich zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, nach einer Stunde, die Impfung gewesen, wo ich, wenn ich jetzt frage, warum bin ich immun, und warum bin ich geimpft gegen die Propaganda da draußen, ja, weil ich diese Dinge gelesen habe und dann ist die Frage aber noch nicht beantwortet, denn ich kenne viele, die das auch gelesen haben, zumindest haben sie es gesagt und die eben doch diese gleiche intellektuelle Schule durchlaufen haben wie ich und alles mitmachen und vielleicht machen sie immun gegen Dinge, gegen die ich nicht immun bin, gegen andere Propaganda oder so, ich weiß es nicht, aber jetzt sind sie in einer Form blind, die eben schädlich ist, teilweise ist es ja egal, ja gut, dann ist dein Gehorsam, dein Konformismus, der schadet höchstens dir selbst und schade drum, aber wer bin ich, dir das irgendwie vorschreiben zu wollen, das geht ja auch nicht, das wäre ja auch eine doppelte Botschaft, sei doch mal du selbst, hör doch mal nicht auf andere, aber jetzt ist es halt schädlich, im gröbsten Maße schädlich und da weiß ich nicht, ob dieses Bekenntnis zu Nietzsche, Rilke, ja, Brief an den jungen Dichter, wer das einmal gelesen hat, der ist nicht mehr derselbe, habe ich gar nicht hier aufgeführt, ich habe tausend Sachen nicht aufgeführt, natürlich auch die große Belletristik nicht aufgeführt, The Catcher in the Rye und was, ja, klar, Demian Steppenwolf, und so, hier, natürlich Narzissus und Goldmund unterm Rad, ja, muss ich dazu noch sagen, also das sind alles die Klassiker, die habe ich schon, die meisten, also die ich jetzt genannt habe, habe ich alle gelesen und viele dieser, dieser Klassiker, wo es um Selbstfindung und Selbstverwirklichung geht und andere haben das doch auch gelesen, wo seid ihr denn? Lest es doch bitte nochmal und überlegt doch bitte mal, ob das nicht auch anwendbar jetzt sein soll in der Stunde der Not. Ja, und ich komme mir ja vor wie ein Papagei, dass ich es immer wieder sagen muss, es ist ja auch lustig, dass ich das vor ein paar Jahren noch immer gegen die Rechten gehalten habe, ja, als ich mich mit der identitären Bewegung auseinandergesetzt habe und ihren Antiliberalismus kritisiert habe und gesagt habe, das, was ihr fordert, dieses Einstehen für das Kollektiv ist eben genau das, was unsere offene Gesellschaft kaputt macht. Ja, ich meine, das war eine lange Auseinandersetzung, das habe ich immer an den Rechten kritisiert, mit den gleichen Argumenten eigentlich und mit den gleichen Autoren im Gepäck, mit dem gleichen intellektuellen Rüstzeug oder Ballast, werden einige sagen, und jetzt muss ich es am Juste-Milieu hier kritisieren und hoffen, dass ich einigermaßen dasselbe geblieben bin oder zumindest um mich herum kommen die Kollektivisten von rechts und von links, schlagen ein und man muss immer wieder mit diesem Rüstzeug und ja, hier Karl-Reimund Popper habe ich nicht erwähnt und tausend andere nicht erwähnt, Ralf Darendorf mit diesem intellektuellen Rüstzeug sich verteidigen, die Freiheit verteidigen, den Eigensinn verteidigen gegen die Kollektivisten von links und rechts ja, und dann ist man ein Papagei, aber zumindest bleibt es manchmal ein bisschen spannend. Das war's für heute, würde ich sagen, ich kann euch natürlich hier noch weitere Bücher erfählen, wie zum Beispiel das hier gerade erschienen von mir herausgegeben von meiner Rennig-Guide bei Sodenkamp und Lenz in Berlin und es ist auf der Seite sodenkampundlenz.de glaube ich, heißen sie erhältlich wie konnte es nur so weit kommen und das ist unser Essay-Band. Wir haben ja einen Essay-Wettbewerb gemacht auf Kaiser TV und es ist wunderschön geworden, also es ist wirklich ganz toll gesetzt hier und da sind die Gewinner-Essays drin, zwölf oder so sind es glaube ich und einer von mir ist auch, ich habe mich einfach mit reingeschmuggelt und stolz bin ich natürlich auf das Nachwort von Giorgio Agamben, der großen italienischen Philosophen, der hier ein Nachwort exklusiv beigesteuert hat. Also hier kann ich auch nur empfehlen, weiteres Buch natürlich jetzt gerade das Buch der Stunde, Tom Lausen und Walter van Rossum, die Intensiv-Mafia, also das muss man einfach nochmal lesen. Ja, viele von uns sagen, es ist alles klar, die Daten sind da draußen, man kann sich mit den Fakten ja beschäftigen, aber es ist einfach gut immer wieder mal auch dieses faktische Rüstzeug zu haben, um mitdiskutieren zu können, wenn es denn noch den Willen zur Diskussion gibt und auch um natürlich die Autoren und den Verlag zu unterstützen, die Intensiv-Mafia von den Hirten der Pandemie und ihren Profiten, also schockierend, muss ich wirklich sagen, wenn ich mir das in einer Einwort-Rezension erlauben darf. Wie gesagt, Vorbestellen, der Kult von Gondor Kaiser, das erscheint im 31. Jahr, ich glaube, ich habe es jetzt schon gesagt und einen Blick auf unseren Shop könnt ihr werfen, aber heute jetzt genug Werbung gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich werde gleich einen Blick auf den Chat im Livestream werfen, hoffentlich bin ich überhaupt noch online und werde aber auch nicht müde, nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr alles nachhören könnt als Podcast, viele machen das beim Spülen, beim Joggen, beim Autofahren oder bei anderen Tätigkeiten, beim Zocken vielleicht sogar, dass sie meine Interviews, meine Lesungen und meine Schwurbel Livestreams of Consciousness, übrigens hat jemand gefragt, warum ich das denn so nenne und war, warum immer diese ganzen englischen Begriffe und jemand hat auch sehr weise darauf geantwortet, dass Livestream of Consciousness ein Fachbegriff aus der Literaturwissenschaft ist und der mit Bewusstseinsstrom zu übersetzen wäre, aber das würde nicht so gut passen, also ich ströme hier einfach mein Bewusstsein in die Öffentlichkeit hinaus und hoffe, dass irgendetwas davon hängen bleibt oder auch nicht. Also Podcast natürlich auf iTunes, auf Soundcloud, auf Deezer, auf Google Podcast, auf Spotify und so weiter. Unterstützen. Danke, herzlichen Dank, gerne auch den zweiten und dritten Kanal. Ihr wisst, der erste Kanal, wo wir jetzt gerade sind, der ist immer noch demonetarisiert. Ja, ich spreche mit dir, YouTube und wir haben da keine Einnahmen, aber auf den anderen Kanälen könnt ihr weiterhin auch, da erscheint auch originäres Material, das hier nicht erscheint, Lesungen auch viel und ein bisschen privateres Zeug auch von mir, so ein bisschen Einblicke in meinen Alltag und unterstützen natürlich gerne auf Patreon und auf Substack. Links sind in der Beschreibung auf PayPal und könnt ihr auch unterstützen oder Kryptowährung und so weiter. Der Shop, den habe ich genannt. Du hast Buch, habe ich das schon genannt? Ja, ich glaube auch. Denkt daran, was Matthias Burchardt zitiert im Vorwort zu dem Buch der Kult. Matthias Burchardt, der großartige Bildungsphilosoph, hat mir die Ehre erwiesen, das Vorwort dazu zu schreiben und er zitiert Hannah Arendt aus Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Nur wo diese gemeinsame Welt, die gemeinsame Welt, das, was wir miteinander teilen, völlig zerstört und eine in sich völlig unzusammenhängende Gesellschaftsmasse entstanden ist, deren heterogene Gleichförmigkeit aus nicht nur isolierten, sondern auf sich selbst und nichts sonst zurückgeworfenen Individuen besteht. Ja, wer sieht da nicht die Masse der maskierten, isolierten, Konformisten, uniformierten, Konformisten vor sich? Nur wo das so ist, kann die totale Herrschaft ihre volle Macht ausüben, sich ungehindert durchsetzen. Hannah Arendt. Und gegen diese Entwicklung müssen wir dringend etwas tun. Wir müssen weiterhin zur Vernetzung aufrufen, zu Gemeinschaftlichkeit aufrufen, auch mit denen, die nicht unserer Meinung sind, auch wenn gerade das Fenster dafür nicht offen ist, aber vielleicht wird es im nächsten Jahr, wir geben da die Hoffnung nicht auf. Auch weiter mit Aktionen, ja, wir haben die Lagerfeuer der Hoffnung gemacht, wir haben den Hashtag Alle sind willkommen gemacht und wir machen die Vernetzungen über Zoom und über Telegram, dass Menschen sich finden. Im Moment ist das Bestreben da, bei denjenigen, die sich ausgegrenzt fühlen, was auch sehr verständlich ist und die anderen sind ja in der Mehrheitsgesellschaft, die haben, glaube ich, das Verlangen nicht, aber damit die Spaltung der Gesellschaft nicht, damit, falls wir sie noch abwenden können oder falls wir da ein bisschen was kitten können, müssen wir auch in baldiger Zukunft dazu schreiten, zum Beispiel Aktionen zu machen, wo wir Leute gemeinsam an den einen Tisch setzen, die sich eben nicht in allen Sachen da einig sind. und wie das aussehen kann, das überlegen wir im nächsten Jahr, damit eben die totale Herrschaft sich nicht ungehändert durchsetzen kann. In diesem Sinne, bleibt geistig und seelisch gesund und lasst euch nicht anstecken von der Viralität des Bösen und des Blöden und Hände über die Bettdecke. Gute Nacht und viel Glück. Vielen Dank.